So langsam müssten es alle geschneit haben. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen umdenken. Nachhaltigkeit wird immer und immer wichtiger. Vor allem beim Kauf von Kleidung. Das Problem, die Modebranche ist extrem intransparent. Die Lösung heißt Deezer. Wir sorgen mithilfe von NFC-Technologie dafür, dass du in Zukunft alles über ein Kleidungsstück weißt. Bringe einfach deine Apple Watch in die Nähe eines Kleidungsstückes, das mit einem Steezer-Logo gekennzeichnet ist. Steezer öffnet sich und zeigt dir alle Daten zur Umweltfreundlichkeit der Kleidung auf. Außerdem liefert Steezer eine Übersicht, wie ökologisch dein Kleiderschrank ist. Dank Steezer kannst du also in Zukunft nachhaltig und mit gutem Gewissen shoppen gehen. Die App erkennt außerdem, welche Kleidung du selten trägst und gibt dir die Möglichkeit, sie mit einem Klick auf der Second-Hand-Plattform Depop hochzuladen. Falls du dich dazu entscheidest, hilft Steezer dir, dein Kleidungsstück auf Depop zu einem fairen Preis zu verkaufen. Zusätzlich vereinfacht unser System einige Verkaufsprozesse enorm. So kannst du mit Kleidung, die du kaum noch trägst, anderen eine Riesenfreude machen und gleichzeitig dem ökologischen Kreislauf und der Erde etwas Gutes tun. Steezer Deine ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.